Hallo du lieber Löwe und herzlich willkommen bei deiner Legung für den November 2023. Die Legung ist für dich, wenn du den Löwen im Sonne-Mond-Ascendent und oder in der Venus hast und du kannst natürlich auch für dein Gegenüber schauen. Und Zeit ist fließend, das heißt es können Dinge bereits ab Mitte, Ende Oktober für dich eintreffen oder auch verspätet in den November und es ist natürlich eine Kollektivlegung, das heißt es können Botschaften auf dich zutreffen, muss aber nicht, sollte aber schon, da ich es für die YouTube-Zuschauer direkt ausgelegt habe, dementsprechend sollte schon eine Botschaft für dich enthalten sein. Ja, dann genau, das ist eine große Legung, was wir hier machen. Ja, so eine Legung kannst du auch persönlich bei mir buchen unter dem Video, wenn du auf mehr Ansehen klickst, findest du alle Infos dazu. Dann für die Löwen durfte ich hier den Erdbeerquarz nehmen, ist auch so ein Selbstliebestein, ein sehr schöner Stein. Wir gucken mal, meist steht das in Verbindung mit der Kartenlegung, mit der Botschaft von der Kartenlegung, deswegen schauen wir mal rein. Wir haben bei dir hier also im positiven Sinne schöne Gefühle, auch Glücksgefühle. Ich habe so das Gefühl, dass du so die Verletzungen so ein bisschen auch hinter dir lassen möchtest, ja, genau, also dass du jetzt so vorwärts gehen möchtest. Dennoch haben wir hier so Einladungen treffen, in der Blockade drin zu liegen, ja. Okay, das ist erstmal das, was ich so sehe. Im Außen haben wir hier auch so ein bisschen irgendwie Kontakt, der hier in Stillstand gerät, wo du gerne eine Veränderung hättest, das auch so ein bisschen dein Glück belastet, sozusagen, ja. Wenn wir die spiegeln, dann sehen wir bei dir hier sehr starkes Misstrauen in deinem Neubeginn. Also einerseits, da ist so eine zwiespaltige Energie drin, ne. Andererseits möchtest du weitergehen, Dinge hinter dir lassen, aber gleichzeitig bist du sehr skeptisch einem Neubeginn gegenüber. Für manche steht hier auch ein beruflicher Neubeginn drin, das muss jetzt nicht schon im November sein, aber Potenzial liegt da auf jeden Fall drin, dass das irgendwie schon mal anfängt, sich so zu entwickeln im November, ja. Wir haben bei dir hier eben auch den Rückzug drin zu liegen, also von oben auch geführt. Das heißt schon, dass du dich eher zurückziehen solltest, um mehr Klarheit, um mehr Ruhe auch in dir selbst zu finden, ne, und dir klarer zu werden, weil es geht hier auch im Zentrum um Klarheit, ja. Du darfst, weil es geht hier auch um Entscheidungen. Und dann hab hier Vertrauen, du sollst die Entscheidung aus deinem Herzen heraus treffen. Dann kommt hier auch Klarheit und auch deine Wunscherfüllung auf dich zu, ne. Dann haben wir hier auch viel Bewegung, genau. Bei deinem Gegenüber, da haben wir das Partnerschaftsthema hier in der Belastung drin. Entweder möchte er oder sie einfach gerade keine Partnerschaft so in dem Sinne, oder da sind einfach noch Themen, ne, die er oder sie eben bearbeiten darf. Auch hier sehe ich einen kontaktlichen Neubeginn, ist ja auch im Rückzug. Vielleicht, weil hier auch noch Kontakt mit einer anderen Frau ist, je nachdem, ne, genau. Oder einem Mann, wie auch immer. Und auch hier bei er oder sie, also deinem Gegenüber macht es sich hier auch, da geht es auch um Entscheidungen. Entscheidungen, die hier eben auch in die Wunscherfüllung führen dürfen. Aber dein Gegenüber ist hier sehr auch aufs Außenbezug. Was denken die, was sagen die anderen dazu? Also da ist auch ein sehr starker Blick noch nach außen und nicht so der Blick nach innen da, genau. Okay, dann fahren wir mal dich lang. Also du bist hier aber auch sehr im Kopf, du machst dir hier viele Gedanken, ja. Du darfst hier aber mehr auf deine Intuition hören und somit auch mehr auf deine weibliche Energie, die Weiblichkeit, die feminine Energie. Und ja, empfangen, also davon ausgehen, dass die Dinge zu dir kommen mit den Schiffen, ne. Aber da liegt auch so ein bisschen die Unruhe da. Das hat ja auch etwas mit Vertrauen zu tun, der Führung zu vertrauen, ja. Für die einen oder anderen geht es hier einmal um die Stabilität. Also dadurch gelangst du natürlich in die Stabilität bei dir selbst. So dieses sich bei sich selbst im inneren Frieden, ja, zu sein, sich bei sich selbst wohl zu fühlen, zu Hause zu fühlen. Und für die anderen geht es vielleicht auch im häuslichen Bereich darum, dass da gewisse Dinge sich auch verändern wollen. Und für die anderen ist es auch hier, dass hier eine Stabilität gewünscht ist mit diesem Gegenüber, ja. Das heißt, wenn du mehr in dieses Empfang kommst, dieses, ich gehe davon aus, dass die Dinge einfach zu mir kommen, das Schiff, was einfach die Ware bringt, was zu mir hin segelt, ja. Dann, und dieses Vertrauen in die Führung, dann kommt hier auch mehr Stabilität mit deinem Gegenüber rein, ja. Denn bei ihm oder ihr haben wir hier die Blockade drin zu liegen, auch hier die Blockade der Wunscherfüllung. Gegebenenfalls auch einfach das Glück, was so ein bisschen darunter vielleicht auch leiden könnte, ja. Weil wir hier auch die Pechsträhne, die Belastung drin haben. Und er oder sie muss halt eben lernen, auch mit diesen tiefen Gefühlen umgehen zu können, ja. Denn er oder sie darf hier von seiner Seele aus kontaktieren, also deinem Gegenüber sozusagen darf lernen, die Gefühle zu auszusprechen, dieses zuzulassen, diese Seelenbedürfnisse auch auszusprechen. Damit zeigt man sich aber auch immer verletzlich, ne. Dann kann hier eben auch eine Veränderung reinkommen, ja. Dafür braucht er oder sie eben aber auch Mut. Und das ist ein bisschen schwierig. Das kann hier ein Kindheitsthema sein, dass da Themen aus der Kindheit eben noch gelöst werden dürfen, ja. Aber generell, wenn er oder sie das eben schafft, dann kommt hier auch die Entscheidung, hier verbindlich auch auf dir was Verbindliches anbieten zu können. Wir haben hier dann auch Treffen, die verbindlich sind, wo dann eben auch Bewegung reinkommt. Und das große Glück, aber dennoch hier scheint hier auch noch was, entweder ist es auch ein Ex-Partner, Ex-Partnerin, irgendwas scheint da noch zu sein, was die Partnerschaft eben noch so ein bisschen blockiert. Und wie bin ich jetzt hier abgerutscht schon wieder? Mann, 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 so. So, ich muss hier nochmal kurz gucken. Waren jetzt bei deinem Gegenüber? Genau, so ein bisschen die Pechsträhne, die Gefühle, diese tiefen Gefühle annehmen und diese auch zu kommunizieren. Dann haben wir hier das, dass man dafür eben Mut braucht, ne. Das kann hier mit der Kindheit zusammenhängen. Aber wenn er oder sie das überwindet, genau, dann haben wir die Entscheidung, dir was Verbindliches anzubieten, sich denen zu öffnen, damit treffen, die Bewegung mit denen treffen, das große Glück. Dennoch die Partnerschaft, hä, irgendwo biege ich hier immer falsch ab? Sag mal, kann doch nicht sein. Da bin ich bei dir falsch abgebogen. Hä, irgendwie, ach, Mensch, Konzentration. Das hat alles seinen Grund, dass das auch so genau bleibt. Und bei dir hier, dass du in die feminine Energie, dieses Empfang gehen darfst, Vertrauen darfst, in die Führung vertrauen. Dadurch kommt dann auch mehr Stabilität rein. Genau. So, jetzt nochmal. Halleluja. Du schaust wahrscheinlich zu und denkst dir so, boah, ne, da rutschst du immer ab. So, die Blockade. Seele, Kommunikation. Ah, jetzt weiß ich, Kommunikation von der Seele. Hier, genau, das ist eben das Schwierige, ne, diese Seelenbedürfnisse zu kommunizieren, diese Tiefe auch zu kommunizieren. Da ist so ein innerer Kampf auch auf der Herzebene, wovor er oder sie eben auch Angst hat und deswegen sich auch immer zurückzieht und diese Einladungen dann vielleicht abgesagt werden oder einfach eine Instabilität, ne, so dieses Hin und Her drin ist. Und das verletzt dich natürlich auch. Das weiß er oder sie auch, aber trotzdem kann dein Gegenüber nicht anders, sozusagen, ja. Genau, so da ist auch noch viel Heilung auf der anderen Seite einfach, ne, was da stattfindet. Genau, okay. Dann, genau, beim Thema Liebe. Wir haben ja auch so ein bisschen auch Angst vor der Tiefenliebe. Das kann auch bei dir sein, ne, nicht nur bei deinem Gegenüber, sondern bei dir, weil man spiegelt sich ja auch immer so ein bisschen die Themen an. Aber generell wünschst du dir hier schon einen Neubeginn in der Liebe, ein Abblühen, auch eine Stabilität, was fest ist, das liegt hier definitiv so drin. Partnerschaftsmäßig, wie gesagt, das kann auch sein, dass das Partnerschaftshimmer auch bei dir immer, entweder wirst du immer ausgewechselt durch eine andere Person oder eben, es zieht sich immer alles so ein Thema Partnerschaft. Und auch für dich scheint es aber auch gerade deswegen auch eine Überwindung zu sein, mutig zu sein, diese Gefühle sich auch verletzbar zu zeigen, ja. Genau, aber wir haben hier eben die Veränderung drin zu liegen in der Partnerschaft. Beruflich, wie gesagt, haben wir für einige hier einen Neubeginn drin zu liegen. Da kommt was über die Öffentlichkeit auf dich zu. Haben wir auch Gespräche, Vorstellungsgespräche, genau. So, dann schauen wir einmal auf die Finanzen. Ja, die liegen so an sich. Also da haben wir auch die Finanzen, die kommen manchmal. Es ist ein bisschen zäh. Du darfst da auch ein bisschen mutig sein, sozusagen mit den Investitionen, ne. Also weil das geht hier um deinen Seelenweg, ja. Und da ist es manchmal auch, erfordert es ein bisschen Mut, ja. Da so aus dieser Komfortzone rauszugehen, ja. Und gegebenenfalls auch Investitionen zu tätigen, genau. Okay, dann schauen wir einmal mit den Tarotkarten. Was ich hier noch für die Löwen im November 2023 mitgeben darf. Was ist hier noch für die Löwen im November 2023 wichtig? Was darf ich da mitgeben? Ja, nochmal der Turm, diese Turmenergie, ne. Genau, also wir haben hier das Gericht, es zeigt aber auch immer die Verbindung mit deinem höheren Selbst an. Also auch du darfst dich eben mit deiner, ja, anderen sagen, Seele, ne, also mit deinem höheren Selbst verbinden. Und hier auch mehr dadurch ins Gefühl kommen. Also ich kriege eher den König der Kelche eben rein. Klar, kann das dein Gegenüber sein, ja. Wenn du da mehr mit dir selbst verbunden bist, mehr in dieser Empfang weiblichen Energie, kann er oder sie sich auch mehr gefühlvoll zeigen, ja. Und wie gesagt, du bist ja auch gefühlt von oben. Du empfängst ja auch Botschaften, auch wenn sich das alles eher so anfühlt wie ein Chaos. Und du denkst, ah, das kann doch jetzt nicht sein. Und was ist da jetzt der Sinn dahinter, etc. Das hat alles einen Sinn, auch wenn du den noch nicht siehst. Sondern vertraue da wirklich auf die Führung. Ja, darum geht es ja hier auch bei dir, ne. Auch mit dem Kreuz im Hund, dieses Vertrauen. Vertraue der Führung, dass alles für dich geschieht. Ja, du musst noch nicht wissen, wieso, weshalb, warum, was dahinter steckt. Sondern lass dich einfach züren, ja. Okay, so. Dann schauen wir hier nochmal mit den Secret Forest Karten. Was hier für dich als Zuschauer, Zuschauerin im November 2023 noch so wichtig ist. Was darf ich hier mitgeben mit diesen Karten für die Löwen. Ja, da haben wir wieder das Thema Mut. Also wie gesagt, ich mische die Karten wirklich. Weiß nicht, warum das immer wieder. Das ist einfach eine Kollektivenergie anscheinend im November. Transformation und Mut. Hab hier Mut, wie der Schmetterling, der aus seinem Kokon entkommt und irgendwann die Flügel ausbreiten darf und losfliegen darf. Darum geht es auch bei dir. Und da braucht der Schmetterling auch Mut. Weil im Endeffekt kann er ja auch, weiß er gar nicht, ob er schon fliegen kann oder nicht. Sondern es fliegt dann eben einfach los. Ja, und darum geht es. So, und was ist denn hier die Bestimmung für den November 2023 für die Löwen? So, die dunkle Seite der Priesterin begegnet dir. Sei achtsam und bleibe auf dem Pfad des Lichts und der weißen Magie. Also kann sein, dass hier nochmal so ein paar Verführungen kommen, so ein paar Prüfungen kommen für den einen oder anderen. So, ich schau mal, hier ist eine Karte mal runtergefallen. Dies ist dein Durchbruch auf dem Weg zu deiner Bestimmung. Du befindest dich auf der Zielgeraden. Genau. Gerade dann, wenn es sich so sehr chaosmäßig anfühlt, ist es eigentlich immer ein gutes Zeichen. Weil man dann eben gut auf dem Weg ist. Ja. Also, lieber Löwe, verlasse hier die Komfortzone. Sei hier mutig, du als Löwe. Dir sollte das sehr leicht fallen. Aber tatsächlich ist so, dass gerade die Löwen im Inneren immer eigentlich fast die Zeichen sind, meiner Erfahrung nach, die am unsichersten. Also die den wenigsten Selbstwert irgendwie haben und das wenigste Selbstvertrauen. Das ist eigentlich sehr schade. Also die Löwen sind immer die, die sich selbst so ein bisschen zurückstecken. Und gar nicht so ihr Potenzial selbst anerkennen, die da sehr Schwierigkeiten mithaben. Deswegen, vertraue dir hier selbst, vertraue der Führung und sei hier mutig. Ja. Gute, lieber Löwe, wenn du möchtest, kannst du meinen Kanal gerne abonnieren, dem Video einen Daumen nach oben geben. Und oder ein Emoji in die Kommentare hauen, da freue ich mich drüber. Ist eine schöne Wertschätzung. Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder Abend und bis zum nächsten Mal. Bis dann.